So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich hab einen Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Blood in Texas gegen Izzet Control. Ah ja. Izzet Control könnte man auch eher als ein Adventure Deck zeichnen. Ich weiß nur noch, dass der da unter anderem auch irgendwie Rahl und so Explosive Card Draw drin hatte, plus Nasset und Hull Breacher. Genau, Nasset und Hull Breacher plus Multicard Draw. Und was ich viel lustiger finde, es sind halt haufenweise Adventure Karten drin. Brazen Borer und der Bonecrusher. Brazen haben wir gerade schon gesehen und Snappy auch. Jo, Snappy auch. Sieht nach einem witzigen Deck aus, ja. Genau, auf der anderen Seite Blood in Texas haben wir ja letzte oder vorletzte Woche schon mal geguckt. Hier nen Deck, das tatsächlich Death in Texas Elemente erweitert hat mit dem Broadside Bombadier und dem Magus of the Moon. Ja, okay, Magus of the Moon in Texas kennt man ja. Ja, genau. Und der Broadside ist ja auch da eine sehr gute Karte. Uiuiui, Kaldra. Mit Kaldra schmeckt der, ne? Boah, dann wirft er halt neuen Damage ins Gesicht. Ja. Na komm, Fetch kommt ja noch end of turn wahrscheinlich, oder? Geh ich von aus. Einfach nur zu Finn und Ponder war wahrscheinlich nicht so geil. Naja, wahrscheinlich nicht. Jo, ansonsten ist es Control, brauche jetzt ein Removal. Schnell. Ja. Aber es hat ja schon einen Bouncer auf der Hand. Genau, das Bounce ist auf der Hand. Es hat auch Bowls drin. Also Bowls, Snappy Bowls sind tatsächlich Dinge, die das Deck tun kann. Boah. Aber ist die Frage wie viele, ne? Genau. Ja, mit Snappy ne Menge. Hm. Ich wäre mir überlegen gewesen, ob ich da nicht hergehe und sage, okay, die Kaldra kommt ins Spiel. Ja, die Kaldra bei uns, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Ja, den Germ halt. Ja. Ich glaube, man will hier versuchen irgendwie einen Tempo-Playoff zu ziehen. Oh, da ist noch ein Brazen. Ja, okay. Jetzt kann man das natürlich auch machen. Ja, aber das wusste man ja nicht. War doch durch den Ponder vielleicht. Jetzt kriegst du ihnen halt, ja stimmt, jetzt gibst du ihnen halt die Chance nochmal eine Ausrüstung zu suchen. Wasteland ist halt auch nicht so toll. Und jetzt kann er halt noch eine Ausrüstung suchen und dann halt... Oh. Ja, Karten zieht... Combat, High Breacher. Ähm. Jetzt kann er sich halt sowas wie Betterscull oder so raussuchen. Kann man natürlich den Spirit of Labyrinth spielen, wenn man Angst hat von mir. Also, ich zieh keine Karte und du kriegst Treasures, dafür ziehst du nur eine Karte. Geiler Deal. Krippelkeile. Wow. Ja. Vor allen Dingen dann die Replacement-Effekts. Mhm. Das macht Spaß. Äh. Noch ein Active, noch ein Active. Oh Gott. Fetchland. Fetch Go. Eieieiei. Ja, Brainstorm macht jetzt richtig Spaß, hab ich gehört. Und dann, yo, Port. Ah, hier würde ich nicht porten. Hier würde ich einfach nochmal in die Stoneforge gehen. Oh, da ist ein Bombadier. Könnte auch mit dem Bombadier auch mal zwei Damage reinprügeln. Kommt man natürlich auch. Stoneforge ist, glaube ich, der Safer Call. Nicht so. Nicht so? Doch. Nee, nicht so. Achso, du brauchst weiß. Genau. So. Ja, Mounts sind da... Es sind verstaunlich viele Mounts drin. Oh, Talia. Talia? Oh, ja. Die kann gut sein. Ja, die boxt halt den, äh, Hallbreacher um. Ja. Weil in den Blattentextes sind, glaube ich, in der Version noch zwei Mounts gewesen. Mhm. Und das ist halt echt viel. Ich glaube, ein Mountain reicht da tatsächlich. Weil dein Mainboard ist weiß und du hast halt fünf rote Karten drin. Und dann lieber noch zwei Mounts. Der Zweifel ist wohl genug Mounts. Genau. Plus Adafiolen. Ja. Gut. Da kann der Fetch into dem Brazen. Aber jetzt kann man sowas wie Tempo-Play machen. Genau. Wobei Tempo-Play in Talia immer schwierig ist. Ja. Man kann es zumindest draufhauen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Fliegend blocken kann Texas in der Version wahrscheinlich relativ schlecht. Ja. Tatsächlich sind da auch, glaube ich, keine Flicker, aber es ist ein bisschen drin drin. Ich würde auch nicht wissen, wofür, also platzmäßig so. Ja, es sind halt Sams drin. Ja. Weil Tensland, Sam, Wasteland sind halt ziemlich gut. Ja. Und es wird halt da wesentlich mehr auf der Zwei gespielt. Vor allen Dingen Broadside, Opfer, Sam wieder reinspielen. Und das Ding wieder auf die Hand nehmen, weil du geopfert hast. Genau. Genau das. Das ist halt besonders gut, wenn es ein Sam war. Mhm. Das macht dann auch richtig Spaß. Dann haben wir für drei Mann wahrscheinlich den Broadside. Jo. Broadside. Und da tut jetzt halt uns schon nichts. Ja, ich würde hier mit allem schwingen. Also, ich würde hier anbieten, mit allem zu schwingen, tatsächlich. Oh. Nee, vor Combat. Vor Combat wird der gebounced. Warum? Weil der ansonsten was schwingt. Ja, ja, aber... Auf der anderen Seite, wenn der was schwingt, dann opfert der noch eine Kreatur und... Ja, ja. Du hast halt... Also, ja. Man kann ihn dann sogar tempten, dass er was opfert. Deswegen. Ich hätte ihn da ruhig opfern lassen. Was soll er machen? Den Spirit wegschmeißen, dann kriegst du vier Schaden. Du kannst aber deinen Brainstorm und deinen Ponder wieder benutzen. Jo. Also... Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite hat man jetzt natürlich hier für sechs Power fliegend. Potenziell sechs Power fliegend. Ja. Die müssen jetzt erstmal aufs Board. Ja. Aber das ist natürlich dann schon gut. Das ist schon fast eine Two-Tone-Glock, ne? Ja. Caracas und Talia zu beschützen, auch nicht schlecht. Ja. Man hat immer noch die Stoneforge auf der Hand. Und... Ja, ich würde ja glaube ich einfach doppelt Stoneforge smashen. Ja. Doppelt Stoneforge. Alles suchen, was geht. Genau. Für beide suchen. Und er müsste dann ja schon beide abrüsten, damit es nicht relevant ist. Jupp. Ja. Stoneforge kommt. Äh... Biskal und dann noch Linesash. Oh, Linesash. Ja genau, Linesash. Ich war gerne überlegen, was die dritte nochmal war. Jitte ist auch so ausgestorben, ne? Jitte ist stark ausgestorben, das ist richtig. Manchmal am Sideboard, tatsächlich. Weil es halt... Die Creature-Decks, die halt rumlaufen, sind halt sehr explosiv. Also, wenn man jetzt auch beim Gegner schaut, er kontrolliert viel runter. Mhm. Hat aber dann explosive Sachen, die er reinspielt. Mit viel... Viel Big Dude. Boah, also, dass ich mal erleben würde, dass es ein Death in Texas Deck gibt, wo keine Sophie und keine Jitte drin ist, ne? Ja. Aber der Skull hat es weitergeschafft. Das muss man ja schon sagen. Jaja. Go Big, go Wide. Da ist die Linesash. Ja. Die ist auch schön in dem Artwork. Jo, in dem Japano-Style. Mhm. Also, Kamigawa-Style. So ist es richtig. Ja, Kamigawa Neon Dynasty. Genau. Immer noch ein schönes Set. Dann hat man jetzt hier für sechs... Das ist halt ein Race. Das ist ein Base-Race, was hier passiert. Ja, du hast halt nächste Runde, kommt auf jeden Fall die Kaldra. Ähm, das sind schon mal fünf, sechs, sieben, acht, äh... Zehn Schaden könnten da kommen. Elf mit einer Stoneforge. Außer du machst zehn und sagst, okay, ich will die Batterskull hinlegen. Jetzt ist aber die Frage... Ja, wie weitermachen. Der Gegner kriegt dich nicht tot. Da ist ein Snapcaster noch zum Blocken, ne? Durchsweet. Und da ist ein, äh, ein Giant. Oh, ja. Bonecrusher Giant plus, äh, Dings halt nächste Runde Liefe. Boah, da hättest du aber schon eine Stoneforge getötet. Naja, das liefe nächste Runde. Stimmt, ja. Also, der Gegner darf sich hier in Sicherheit wiegen und man hat halt Liefe auf der Hand. Also, da kann man wirklich schauen, ob man damit jetzt nicht den Liefe-Push setzt. Mhm, sechs Damage fliegend. Es darf halt nur kein Sword oder so kommen. So, dann kommt der Broadside. Oh, ja, der ist ja auch noch in der Rechnung drin. Broadside sind halt, äh, eine Menge Damage. Ja. Und... Der muss sterben. Der muss sterben. Den Nutzen verliert man hier. Das setzt einen natürlich zurück. Mhm. Um eine Menge. Aber du kannst immer noch den Buddy vom Snappy reinschießen. So, das heißt, jetzt kommen sieben. Das heißt, man geht auf sieben. Dann heißt man sechs in der Luft. Der hat zwei Blocker. Du brauchst auf jeden Fall noch irgendwas zum Removen. Ja. Nächste Runde. Ich frage, ob man die sich ja nicht einfach nimmt. Kyler hat halt mit Trampel halt so einen miesen Move. Ja, ich würde da einfach sagen, ja, ist okay. Ja. Es ändert an der Runde danach eh nichts. Mhm. Absolut nicht. Dann Fetch of Sex. Snapcaster Mage. Snappy. Target. Ponder. Fizzled. Also Fizzled nicht, aber wird nicht gespielt. Und dann kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie man jetzt, äh, ob man Removal findet, ähm, oder ähnliches. Das wird halt halt nochmal richtig spannend. Ja, jetzt muss halt Topdeck-ing Removal kommen. Mhm. Brainstorm bringt nix. Ponder bringt auch nichts. Wegen dem, äh, Spirit. Mhm. Ähm, du brauchst jetzt entweder noch ein... Okay. Sechs kommen, save durch. So, jetzt gehen wir auf zwei, aber man unloggt jetzt halt Brainstorm Ponder. Mhm. Das kann ne Menge ändern. Oder nichts. Ja. Weil Brainstorm und Ponder kosten halt immer noch zwei Mana. Ja, man muss mit dem Brainstorm was finden, was halt irgendwie, äh, Land und Ponder into Beatdown oder sowas hat. Ja. Ansonsten hast du keine Frage. Teimer? Äh, der... Hä? Ah. Okay. Das, das versteh ich nicht. Shockland? Ah, hat Shockland getappt ins Spiel? Das, das versteh ich nicht. Da wär ich, hätte ich versucht zu gewinnen. Weil ich hab so oder so verloren. Auch mit dem Dude hab ich jetzt verloren. Ah. Äh. Das sind genau sechs Damage. Die Kaldra... Ja, er hat aber ja drei hinten. Ja, Damage sind das, äh, sieben, acht. So, und da ist noch die, die Lion Sash mit Equipment und Stärken und, ja. Ähm. Da ist noch ein Snappy auf der Hand, um die jetzt noch ein bisschen zu verdrehen, die Zahl. Das ist noch ein Broadside, ja. Oder Broadside, wenn natürlich jetzt liefe. Broadside? Äh, ja. Ja, tot. Einfach tot. Attack, fliegen die Kaldra, bumm. Genau. Ui, ui, ui. Ja, Broadside hier wirklich, wirklich eine absolute Granate. Heilige Scheiße, ist die gut? Mh. Das ist halt die Frage, ob jetzt noch was passiert. Ich glaube aber nicht. Ja, man kann auch die Bitter Skull spielen, damit man die flinkt. Ja, das stimmt. Damit der Combat immer noch mit der Ding ist. Mit Combat lethal ist. Damit man halt mit allem reingeht und dann sagt, ich flicke den. Ja. Dann flinge ich dir einfach die Kaldra ins Gesicht. Äh, die Bitter Skull ins Gesicht. Ja. Dann schmeiße ich dir das Ding halt in dein Gesicht. Ja. Block, Block. Es sind immer noch genau 6 Damage. Nee, es sind 5 Damage. Ja, und dann schießt man halt die Kaldra ins Gesicht. An dieser Stelle einmal vielen, vielen, vielen Dank an meine Patrons, die mich so, so lieb unterstützen und mir so, so, so unter die Arme greifen, dass ich so viel coolen Stuff für euch machen kann. Deswegen vielen Dank an alle meine Patrons. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt finanziell, könnt ihr das ab 3 Euro im Monat gerne mal tun. Werbung Ende. Werbung Ende. Ja. Dann. Äh. Jo. Noch, äh. Äh. Counterspells dran lässt. Ja. Wenig. Oh, die Mama. Ja. Die alte Moody. Und da wird einmal nach nem Basic Land geguckt. Mhm. Ja. Das ist ein Uncovered. Jo. Kommt ihr jetzt in MH3 wieder? Ja, sogar ein Uncovered Waste. Ja. Was ich sehr cool finde, tatsächlich. Ich find's auch witzig. Gut, dann. Einmal überall gecuttet die Decks und dann gib ihm. Selbst bei Wotzi gibt's Climate Change. Ja. Dann. Uh. Good old Counterbalance. Das ist auch nice. Ja. Heißt, ähm. Ab jetzt können wir gespannt sein, ob die Sachen durchkommen. Jo. Find ich echt interessant. Mh. Mh. Zwei wird gezeigt und es ist ein Bolt. Ja, okay. Der Bolt, äh. Ist ja. Aber auch. Hübscher Bolt. Ja, ist ein Player Reward. Ne, Grand Prix. Glaub auch. Uh, Ponder, aber hat kein Land. Äh. Da möchte man keinen Ponder dafür verschwenden. Da ist auf jeden Fall ein Land, aber es ist schon wieder eine Ebene. Äh, eine Insel. Mhm. Brainstorm. Ich glaub, hier wird man... Okay, jetzt sieht man die Karte. Hat man Land? Manhattan. Oh, Fetchland war dabei. Okay. Also Fetchland Basic. Ähm, der Dings ist halt malig, weil die Mutti ist active. Ja, genau. Der Bolt ist da nicht so geil. Plus das Karakas hinten dran. Mhm. Das ist alles nicht so sweet grade. Also grad auch noch eine Counterbalance. Das sind die Karten, die wir nicht haben. Doppel-Counterbalance, ja. Wobei man zwischen den Triggern fetschen kann. Ja, das stimmt. Also darf man nicht vergessen. So kleine, ähm, Feinheiten, die man kennen kann. Da ist ein Recruiter auf der Hand. Boah, hier würd ich fast schon in den Recruiter hin zu Bombardier gehen. Ich denke, das ist es wert. Ich denke, das macht man hier. Keine, keine, äh, Stoneforge? Naja, ich würd hier Bombardier gehen. Ich würd hier einfach knallhart Bombardier gehen. Ja. Wird auch krank. Tapp Bombardier macht halt 8 Damage. Wird gefetscht, um einen frischen Look zu haben. Ich mein, das Deck hat, glaub ich, sehr viele Dreier drin, wenn ich's richtig gesehen hab. Mh, ja. Also Grazen und der Bowcrusher sind hier beide bei 3. Ähm, Snappy sind halt bei 2. Hullbreacher. Hullbreacher ist 3. Narset ist 3. Also da sind schon relativ, wenn Rahl drin ist, dann der auch. Ich glaub, das war ein Ponder. Gut. Dann, ach, da Bombardier. Bombardier. Uh, auch ein Sweet-Target. Auch ein Sweet-Target. Sam. Sam. Mit dem kann man halt erstens, wenn ich dann das Ding einen Totblock, den wir auf die Hand nehmen. B, kann man den mit Karakas auch echt coole Kombos mit abziehen. Mein Sam. Ja. Ähm. Ja, Ponder machen wir halt wieder für 2 Mana. Ja, Sam, bitte. Ach. Das ist halt der Texas-Style. Ja, ja, das ist Texas-Style, ne? Die Mutti sagt, dass du die Talia nicht removed bekommst. Das Karakas sagt selber. Hm. Und du stehst da und denkst dir, hm, Spaß. Boah, tschö, dein Hull. Wenn er schlau war, hat er was mit 2 oben drauf liegen. Jo. Oh. Das stimmt. Der Ponder ist schon gar nicht mal so verkehrt. Dann Wasteland. Wasteland. Wir die Rotquelle. Ich wär schon fast geneigt, auf dort Fetchland zu gehen. Oh, das ist auch smart. Das Fetchland ist auch smart. Das ist halt so tricky, ne? Du Fetchst jetzt, oder? Combat. Oder spielst du den Dude? Nee, geht's. Combat. Mana geht raus. Wird attempted. Und wird wahrscheinlich jetzt auch benutzt. Wird benutzt, ja. Okay, dann wollte man eh Fetchen. Oder hatte zumindest keine... Spannend ist, man ist immer noch in der Combat-Phase. Ich hab einen Bombe-Di gesehen. Ach, du meinst, äh... Theoretisch kann man jetzt... Theoretisch kann man den sogar jetzt durchgehen lassen. Wird sogar gebounced. Ich hätte den durchgehen lassen und den Sam gespielt. Oh ja, mein Gott. Mit dem Sam gespielt. Hätte dann das Karakast sogar noch offen gehabt jetzt. Mhm. Für das Swords auf der Hand. Und hätte den Cyberboard nur halt mit dem Sam gespielt. Mhm. Hat's dieselben Mana rausgegeben. Oh, die Counterbalance macht auch nix. Die macht gar nichts. Die macht nix. Ja, ohne... Sensei's Divining Top, wo man andauernd oben die oberste Karte angucken kann. Ich guck mal ins Töpfchen. Ja, ich guck mal ins Töpfchen. Dann ist das einfach keine gute Karte. Näh. Muss man einfach sagen. Gut. Jetzt kommt hier Merktide. Das heißt, man exilt eine Menge Karten aus dem Friedhof. Das sind vier gewesen, als ich es gesehen habe. Nee, es müssten fünf sein. Und ich glaub, zwei... Drei Zauber sogar. Ponder, Brains... Zwei Ponder waren da auf jeden Fall drin. Ähm... Da hat man schon mal einen 6-6. So, jetzt liegt da immer noch... Der Sword schwirrt da noch im Obolus rum. Du hast keinen Cantrip, um das zu setten. Nee. Aber der hat ja eben schon so oft einen Einser aufgedeckt. Dann wird das jetzt ein Dreier. Ja, kann ja gar nicht mehr so viel drin sein. Da wird nochmal Wasteland. Das ist natürlich richtig bitter. Und dann der Sum hinterher. Ja, oh, das macht Spaß. Jetzt kannst du aber wenigstens auf einen Mountain fetchen. Musst du, glaub ich, auch. Mhm. Du hast die Chance vertan, was anderes zu machen. Ja, meine Pool, dann Combat. Dann... Ja. Boah, Solitude auch noch auf der Hand. Solitude ist auch noch auf der Hand. Solitude Swords noch auf der Hand. Da ist eine Menge Gas auf der Hand. Solitude direkt den nächsten mit einem Reprint. In einem schönen Artwork. Das ist korrekt. Ich bin mal gespannt, was die Preise machen. Auf der anderen Seite kannst du auch Solitude Sam Solitude zurück auf die Hand nehmen. Oh my fucking god. Ist das widerlich. Ja, Sam ist gut in dem Deck. Den kann man echt gut nutzen dafür. Swords. Trigger. Ha! Sehr gut entschieden. Sehr gut entschieden, weil... Solitude kostet 5. Solitude wäre 5 mit 5 einfach gecountert worden. Ohhhh. Bouncest du dir den? Kannst du den bouncen? Brazen sagt Gegner, ja. Brazen sagt Gegner. Brazen sagt Gegnersche Sachen. Ist das bitter. Aber es sind 6 Leben. Gibt man auf 21. Ja. Die verliert mir auch wieder schnell. Nicht vor kurzem. Die sind schnell wieder raus. 1-Mana. 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 1-Mana funktioniert nicht? Nee. Talia sagt nö. Genau. Talia sagt nö. Ja, Talia ist eine schwierige Karte. Wenn man sie beim ersten Zauber in der Runde bedenkt und beim zweiten nicht. Aber das ist halt dieses Tempting. Ah, ich spiel noch die Ederfiole, dann hau ich dich. Das ist halt so ein Move, den man macht tatsächlich. Wo man halt auch wirklich drauf ... Also es passieren kann, dass man sich da einfach reintempeln lässt. Aber die Ederfiole hier illegal. Ist halt die Frage, ob die nachher noch relevant wird. Aber ich glaube schon fast nicht. Boah, sie kann auf jeden Fall geflinkt werden mit dem Bombe-Deal. Mhm. Und sie kann relativ schnell den Sam holen. Also sie kann sehr schnell relevant sein. Der Sam-Came jetzt halt einfach eine Runde früher. Genau. Und es ist halt Counterbalance. Also das Counterbalance sagt ja, man countert. Und Ederfiole legt halt ins Spiel, was halt nicht ... Oh mein Gott. Warum schießt der nicht die Talia tot? Weil die Mami getappt war. Schaden kann nicht verhindert werden. Oh ja. Oder einfach mal die Mutti abknallen. Dann ist der Bolt im Friedhof endlich mal vorne. Weil er hat nämlich glaube ich einen ... Snapcaster, ja. Da brauchen wir nur noch ein Land. Das ist richtig. Aber es scheinen kann zwar nicht verhindert werden, aber man kann ja trotzdem die Aufdeckung verhindern. Äh ... Oh, da waren drei da oben. Yes. Wahrscheinlich ein Halbbilder. Halbbilder. Ähm ... Das ist die Frage, ob man jetzt ... Ich glaube, man muss jetzt solituden. Und ... Jo, da geht der Sam. Spannend. Hm. Wahrscheinlich hast du keine weiße Karte auf der Hand. Noch mehr Leben. 21 Leben. Bye wieder. Und ... Naja, jetzt wieder Abbiet für drei. Dementsprechend wieder bei 18. Nice. Dann round and round and round it. Yes. End up. Dann droppt man den Halbreacher. Not bad. Mhm. Mhm. Aber auch hier, das Mana, merkt man wirklich, dass es einem weh getan hat. Die drei Wastelands waren übel. Zwei Wastelands. Und nicht drei? Ich glaube, oder drei. Voll viel wäre genug. Ja. Der Unterschied, ob du drei oder fünf Mana hast, ist im Kontroll halt immens. Alles ab vier ist meistens Luxus. Ja. Aber das tut jetzt halt schon wirklich weh. Und? Land. Das ist ein Land. Freut man sich richtig? Oh Alter, diese Counterbalance hat bis jetzt erst einen Spell gecountert. Das könnte meine sein. Ja, aber es war jetzt ein Counterspell. Also bisher war es ein Counterspell. Ja, bis jetzt, ab jetzt ist es Bonus. Ja. Ähm. Solitude. Kotz. Spannend. Hätte ich nicht so wirklich mitgerechnet. Dann gehen wir für drei Hauen. Dann kommt der Halbreacher. Dann wird wahrscheinlich gesolitudet. Nee. Hm. What? Ja, man hat wahrscheinlich keine weiße Handkarte. Ja, aber dann hätte man ja mit dem 1-1-1 nicht angreifen müssen. Tjo. Höh. Das höchste wirrend für mich. Hm. Älter Fjolo wurde auch vergessen hochzudecken. Also war es eh irrelevant. Bisher gab es keinen Zeitpunkt, zu dem man hätte sie spielen können. Oh, stimmt, ja. True. Dann haben wir Beatdown. Das ist halt dieses Stand-Off mit so kleinen Weenie-Kreaturen, die sich hauen. Und keiner traut, beziehungsweise keiner kann halt so richtig drüber gehen. Sondern man haut sich halt mit so ein paar Punkten die ganze Zeit. Der Einzige, der jetzt was machen kann tatsächlich ist der Brazen. So, aber der facet auch ein Solitude. Von daher, hm. Okay, da war Natalia jetzt auf der Hand. Und ein Arithmeser. Beatdown? Ja, musst du jetzt halt irgendwas machen. Hm. Hm. Und auf Turn brazen und dann hoffen, dass er liegen bleibt. Bounce die Weil. Ja. Ja. Solide. Aber die wäre halt auch nicht gebounced worden, wenn die halt nie gespielt worden wäre. Jupp. So, jetzt kann man angreifen. Wieder drei, gehst doch 13. Jetzt ist das halt so ein Ping-Pong, ne? Jo. Äh. Ziemlich vielfach passiert hier wenig. Jetzt halt dieses Runterbrechen. Normalerweise müsste Control jetzt irgendwie so einen Trigger ziehen, um halt irgendwas zu machen. Aber irgendwie schaff Control einfach nicht diesen letzten Trigger... So ein Days Undoing. Genau. Irgendwas, was dich halt so weit nach vorne pusht, dass du halt nicht mehr hinten hängst. Ja. Hm. Du spielst halt jetzt Ping-Pong, hast halt selber noch eine gute Karte auf der Hand. Also mehrere Kreaturen, die du spielen kannst auf der Hand. Das kann jetzt noch eng werden. Ja. Aber das Solitude ist jetzt halt auch ein Hardcast. Jo, ich glaub, da würd ich jetzt auch für gehen, tatsächlich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht lieber den Highbredger Solitude... Ja, allein schon wegen dem... Aha-Moment. Ja, dem potenziellen... Wir haben ein Problem, weil du hast keine Handkarten mehr und ich habe sieben Handkarten und sieben Treasures, go. Hm. Das könnte halt problematisch werden. Und... Da Solitude jetzt... Jetzt kann er natürlich, wir haben ja schon gesehen, Force ist noch im Deck. Es könnte natürlich ein Force oben liegen. Ja, das ist mal logisch auf die einzelne Karte, die treffen wir könnte. Ah nee, äh, Ding auch noch. Lauren's Revealed, oder? Genau. Aber das sieht weder nach Force noch nach Lauren's Revealed aus. Sieht nach Dressdown aus. Kann das sein? Äh... Ja. Geht man für den? Finde ich gut. Geht man auf 3 stellen. Verstehe ich aber jetzt nicht. Hm. Jo, Stressdown. Stressdown. Stressdown, ja. Man nimmt halt nicht das Land irgendwie mal zum Island Cycling. Ja, du willst irgendwann diesen Draw haben. Ja, aber ist das so gut? Ist das so wichtig? Ich verstehe es halt auch nicht. Ich würde wahrscheinlich für den, für den, für den Land gehen. Fürs Land gehen. Ja. Allein schon wegen der Talia. Du musst ja 6 Mana haben, um das Ding spielen zu können. Ja, ja. Und du kannst halt mit dem, mit dem, ähm, Bolt halt immer noch 3 Surprise Damage machen, wenn der Gegner denkt, er hat noch Zeit. Ja, stimmt. Das sind immer noch 3 Damage, die du, äh, und du hast dann noch den Buddy. Hm. Okay, den Bolt kriegst du jetzt halt auch raus. Hm. Ja. Boah, das vierte Wasteland. Äh. What? How? Ach, das lag von der Runde davor noch da. Wasteland lag von der Runde davor schon da, ja. Boah, jetzt musst du ja schon eigentlich den Bolt zünden, sonst kommst du nie wieder wirklich dazu. Was du jetzt halt machen kannst, du kannst halt Dresstown spielen. Dann verliert Talia die Fähigkeit, dieses 1 Mana mehr zu haben. Und dann kannst du, äh, den Bolt nutzen. Ja, aber Dresstown kostet auch 3 Mana. Ja, aber du hast ja noch, du hast ja noch 2 Mountain Mana. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oder nicht. Genau. Du hast ja, ja, also, du bist mit Snappy dran. Ja. Weil du Dresstown gesagt hast, deswegen. Achso. Ähm, ja, das, das hätte Face gehen müssen. Ja, genau. Du machst jetzt nicht in dem, in dem, du machst jetzt keine Mindgames. Nee. Das sind 3 Schaden, die dir nachher fehlen. Ja. Ich mein, es ist graded. Dann wären es 10-10. Ne, die Leben krieg ich ja trotzdem. Jaja, aber er hätte jetzt 3 Leben weniger. Das ist richtig. Dann wär's 10-10. Das ist richtig. Also, das war dumm. Ja, wobei, dann hätte er die Mutti benutzt, um Schutz vor Blau zu gehen. Das war nicht so doof, tatsächlich. Dann hätte er mit Mutti Schutz vor Blau gegeben. Ja. Und der Solitude wär ihm fortgeblieben. Boah, zwei Länder runter. Also, eins hat sich halt, wie gesagt, ich hätte als Laudan Reviert schon lange für irgendwie in ein Land gesucht. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Also, langsam gewinnt hier der Texas-Spieler den Drive. Ja, aber wenn der vier Wastelands sieht und du vier Targets dafür anbietest, in einem zweifarbigen Controldeck. Da hast du halt auch nicht viel Spaß. Da passiert halt echt nicht mehr viel. So. Mountain. Okay, ein anderes. Illegales. Wieder eine Weile für eins. Ne, diesmal für zwei. Diesmal ist eine richtige für zwei. Ja. Go. Ja, super. Boah, was machst du jetzt? Jetzt cycle das Ding doch. Du brauchst das Mana. Hm. Denke auch. Du hast keine Wahl. Oder spielt der jetzt ins Blau? Nein, kannst du nicht. Kann er nicht. Kosten Mana mehr. Kosten Mana mehr. Yes. Ja, aber Talia ist ja nicht so relevant. Spannend. You can't play this card. Spannend. Wow. Ja, das passiert halt. Das sind halt einfach... Jetzt hat er sogar ein Land gefunden. Ich krieg die Krise. Ne, wieso Krise? Das ist doch eigentlich super illegal, aber funktioniert ja. Wenn jetzt noch ein Sol Ring zockt... Für den Mana-Ramp wäre doch voll okay. Oder Mana Vault oder sowas. Ja. Oh, Leute, ey. Ja, wie gesagt, Talia ist nicht so die wichtige Karte. Die kann nicht so viel. Jaja. Jetzt die Frage, wann hat es nämlich immer noch nichts gefunden? Das ist halt wirklich bitter. Ne, du hast halt den 3-3er. Mhm. Du hast noch den Hull Breacher auf der Hand. Der jetzt auch nur so... Lala ist. Du hast jetzt eigentlich nur die Option anzugreifen. Du kannst ja gar nichts blocken. Der kann ja nur fliegende Kreaturen blocken. Ja, der kann von allem block werden. Dressdown. Oh, stimmt. Oh, fuck. Illegaler Dressdown bedeutet, man kann je tausen. Wow. Ja, okay. Die Mutti ist jetzt eh raus. Der hat ja kein Fliegen. Ja, weil ich den nicht getradet hätte. Oh, Leute. Die hätte ich, glaube ich, aber nicht getradet. Ne, die ist zu wichtig. Und den letzten Schaden nachher durchzukriegen. Ja. Das kann dir nachher nachspeisen. Ja. Dann Bid für 3. Bidst du jetzt den Snappy-Trade an. Oh, Lion-Sash. Du guckst auch noch in die Röhre. Du kriegst nur noch zwei. Lion-Sash ist hier spannend mit der Aether-Fiole. Weil es ist ja eine Kreatur auf der Hand. Ja, ja. Es ist eine Kreatur auf der Hand. Jetzt darfst du halt nicht in die Trap fallen und denken, du castest die über Mana. Genau, das ist halt jetzt wichtig. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo die Aether-Vile relevant wird. Ne, die wurde ja beide gecastet. Die wurden jetzt beide fair in Square-L-Klasse. Okay. Der relevante Fakt ist, dass Tyric ein Bounce ins leere Gang wäre. Das war's. Ja. So, Lion-Sash. Ähm. Weiß nicht, ob ich jetzt das Ding schon fressen würde. Ich würde die End of Turn höchstens. Ich glaube halt nicht, dass es gerade so viel Sinn macht. So, was ist jetzt da? Also man hätte die auf einen Gegner-Turn reinlegen können. Er hat immer noch nicht das Ding gecycelt. Warum? Das ist ja schon... Da ist ja keine Insel mehr drin. Er hat Dayzone-Doing auf der Hand? Das könnte sein, dass er keine Insel mehr finden kann. Also es kann Literary sein. Ich meine, es sind sechs Islands und ein Mountain vielleicht? Das wäre möglich. Ja, aber okay. Du hast ja trotzdem... Pfff. Die zwei Islands da liegen. Also... Es geht vor allem nicht. Die Kaune bin jetzt weg. Nein. Krass. Wow. Krass. Ja. Spannendes, wildes Spiel. Aber ich glaube, hier wird erklärt, dass man einfach keine Insel mehr hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.